jo liebe leute wie geht es und euer Swissiris wieder mal bunzete 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 pick am start herzlich willkommen auf meinem kanal heute gibt es mal ein leckeres neues video ich bin mit meinem kumpel auf einer fitnessmesse gesehen hier seht ihr schon einen kleinen ausschnitt davon wir waren sogar an einem wettkampf also wir durften dort halt zu gucken wir waren sogar vip plätze keine ahnung wie wir das geschafft haben aber wir konnten das ohne jegliche vorwarnung durften wir das einfach machen das richtig cool gewesen wir haben sogar einige persönlichkeiten getroffen einer dieser persönlichkeiten war jetzt zum beispiel ein guter kumpel namens marcus rühl hatte mal einen weltrekord mit den größten schultern dann habe ich noch auch noch einen gewissen simeon panda kennengelernt auch sehr ein freundlicher kerl sehr professionell im sport hier sehen wir auch direkt ein bild unglaublich wie er da auch vom turnier aus gesehen hat richtig krass ihr habt gerade ein foto von ihm gesehen richtig crazy der hat sich eindeutig mir geben so wie der andere auch der marcus richtig episch gewesen ich danke den leuten dass ihr alle so nett gewesen seid hui es war echt toll dort ja in den verschiedenen gewichtsklassen haben genau diese fünf personen also vier männer und eine frau gewonnen also jede klasse hat ganz klar ihre eigene gewichte ich glaube das waren so 60 70 kilo 80 und so weiter und so fort oder vielleicht sogar noch niedriger ich weiß gar nicht mehr alle genau alle gewichte auf jeden fall sind dass die gewinner gewesen und es hat auf jeden fall mega spaß gemacht spaß gemacht zuzugucken und ich hoffe natürlich dass euch das auch gefällt